so und damit willkommen zurück zu einem neuen part pokémon reborn neuer tag neues glück pokémon center einmal um hier das abzuspeichern und nicht werben und man trägt hier zurück hat verschwindet sind warum das direkt neben dem kraftwerk ist das ding so ein alter man gottes it gets quite a surprise just and it's quite a surprise just stand a book one jumped out into me from a dumpster die peridot schwartz is the second largest sport of freeborn only obsidia is bigger let me tell you something if anyone comes up to you and offers you something they can wear candy don't take it that's in something to what i give you a bookman ok jetzt haben wir schon geholt ich bin interessiert was passiert deswegen muss gerne versuchen and not enough free piece of candy and lower is the level of single pokemon Ok, dann können wir das Pokémon ein Level weiter runter bringen. Mit wem wollen wir es machen? Da passiert nichts zu Schlimmes. Verlangsamt das Training ein bisschen, aber... Max was downgradiert zu Level 8. Use your last common candy. Interessant. Können wir mal... Das negative... Wie ist das? Ich denke, das Pokémon. Wir haben so ein Level-up-Candy. Okay. Statt ist hier voller Leute. Voller Trainer. Wir wollten aber wie viel versprochen. Gehen wir jetzt mal in das Kraftwerk rein. Schauen wir uns das mal an. Neocircitor plant. Okay. Schauen wir uns das Kraftwerk an. Ich werde das Leak-Challenge versuchen. Aber ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Reborn Gym Leaders sind unterschiedlich. Jeder hat 6 Pokémon. Es ist definitiv... Gonna be a tough battle. Okay. Danke für die Warnung. Einerseits sind es ein bisschen... Gefährlicher als... Im normalen... Lochts. A Note is stuck to the glass. Julia. Do consider... Grabbing... Your... So... Horrific... Tendencies before... Agreeing to... Vondervous... Vondju... Ja... Ich kann ja in Französisch. Doing... Your nap time. Und dann... Will es... We will... Continue... Searching... For the... Group that... Assist... Majority. Okay. Wir müssen die auch suchen. Die weiß dann ja. So viel dazu. Das wird dann ins Kraftwerk eingehen. Ich habe auf jeden Fall eine Tür gesehen. Schauen wir rein. Nichts drin. Alles leer. Kann man nichts looten. Einbrecher. We want to find more Pokemon. Look everywhere and talk to everyone. We may not be disappointed. Aha. Poke-Snacks. We have a summon here. I can't decide if... The pharmacist looks creepy or dignified. But as long as they save some of the painkiller for me, I don't care. Aha. Please, please hurry up. I swear on... On... Everything totally my entire arm is going to fall off. Okay. So... Maybe I... I am being... A little over dramatic. Assume me. It's not... Like... You... Were in the accident. Oh, oh. You were? Oh. Haha. Go right ahead. Apparently, the police have set up this makeshift station to help treat the rounds of the train crash survivors. But that guy sure doesn't seem to be a normal officer. Doesn't... Doesn't he? Okay. There's somebody here. The youth... Ach, the youth. Thank you. Oh, oh. Ah. That... Stings. Only temporarily. The wound must be disinfected before it can be dressed. It may sting, but it will burn far worse. Should you ignore the problem and by neglect allow it to faster. What... What you want, I can stop. No, so please. The transaction of short-term pain for long-term healing is a difficult one for the young to understand. All still, you do not have the experience to know why the world has sought you. You must trust the adults in your life. All too often, they are incapable of adequately earning that trust. This is the tragedy between every generation. There, the difficult part is done. Now, I'll apply a numbing agent to relieve the pain while you wait. That should be better already. Yes? Yes, sir. Worth waiting for? Yes, sir. Good. No, wait a night longer. No, wait a night longer. No, wait a night longer. I apply the bandages and you will be running away. No, wait a night longer. I can't translate that. It's... 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 It's about a lot of pain. It's about family and pain and parents and... Yeah. Another victim for the cash. Quit your snuffling and go to the back of the line. Like the rest of them. Those who cats won't get treated. But all the wait will get what help can be given. Whatever pain you feel, no, it was not deserved. Aha, the Wunderheader here. Stay lined up, signify please. The pharmacist will be on the side long enough to treat everyone's needs. So there's no need to rush. These trusted associates of the police force will be treated safely. Ah, yeah. Da bin ich mir grad nicht so sicher. Das klingt fast zu uns mit der Drogenverteilen. In my younger days I stood there... I stood here and looked across a green lake. Name such for experience being here. Thank you. So what's this... The shit brown lake? Okay. Beschwerze, dass früher der sehmal blau gewesen sein soll. Und wundervoll gewesen sein. Und heute... Kackbraun. Ähm... Alles schlecht geworden. Früher war das besser. Howdy stranger. Since you've so kindly wandered into my house, an exchange you'd be interested in this year. Or what? I'll tell you something. A green lake used to be something grand. With no end of the one that it had. But now the only thing it holds is pollution. So I'm packing up my thing and leaving. This is my very last to watch. But if it can be of any use to you, I'm happy to let you have it. Okay. Okay. Einen Ange haben wir bekommen, wenn ich das richtig verstehe. Take care stranger. Okay. Er kann ich nicht mehr angeln, weil der Sefer seucht ist. Aber mit dem Ange können wir unser bestes versuchen. Wir versuchen das mal direkt. Versuchen mal zu angeln. Okay. Auf R liegt das jetzt. Oder auch nicht. Kenchus. Hier. Ich weiß nicht, woher er liegt. Okay, in der Hange entsteht es mir gerade nicht so, so gehen wir hier mal weiter. Oha. Hello, I am the name waiter, the fortune teller of names, or I was until recently. These days technology has come so far. You can just rename your Pokemon straight from departing kids this day, am I right? Of course, I could still rate your nickname if you really wanted me to, just for old time's sake. What do you say? Uh, naja, we have... The names are not okay until now. An old man like me is hardly relevant anymore. The passage of time is always rough, isn't it? Okay, and what is the definition? Soon. To the hottest husband, the name waiter is a little unusual among the who's his profession. Unlike the name waiters in other regions, he doesn't care if the Pokemon you'd like to rate was traded to you. Give it a new name. If you'd like... Anyway. Is that luxurious. Hello. Isn't... Do you use a great name? Naja. Das ist sein Mann. Völlig großartig. Home of the official name waiter. Ähm. Haben wir den nicht schon besiegt? Somewhere. Ein Kampf! Der erste Kampf in diesen Parts. Casanova Andy. Haben wir wohl einen anderen, Casanova besiegt. Irgendwie muss trainiert werden. Das klappt doch schon ganz gut. Nicht schlecht. Ich hätte früher aufhören müssen. Ja. Wissen wann Schluss ist. Ist schon eine Gunst. Ok. Besiegt. Deck vom Pokemon Center. Ich finde auch die Pokemon Center Musik hier sehr gut. Auch wenn sie nahe, ich meine, die richtigen Pokémon-Spielen ist natürlich weitaus besser und die besten überhaupt für die Ursache. Okay, ist schon wieder abgehauen, müssen wir ihn jagen, müssen wir ihn finden. Someday I'll be able to afford classy from the lapis mode. Okay, that mode here. This is one of the nicest complexes in all of Peridot and it's all thanks to Mr. Seacrest of Vernerble Garden. Seacrest, so you wish to enter my garden once I let just anyone in, but then the careless people of the city reigns it. Are you different than them? Can you prove to me that you are of higher caliber? Then show me your dedication. Aha, we're going to be able to win. Let's go through. Oh, interesting looks like that. Peter Pyle. Peter Pyle. Ein Raukli. Wir werden es doch wohl ein Raukli besiegen können. Doch, nicht wenn es Level 9 ist. So, wir wechseln mal zu einem Pokémon, das Level 9 ist. Bug Bite. Ich habe ein Bug im Spiel entdeckt. Da, gegenüber von uns zum Kampf. curse ein Bug aus. Ja, guck mal. Es tut uns jetzt nicht wirklich. Es tut uns nicht wirklich weh. Oh, zwei weitere. und wechsel mal wieder mit juniorerfahrungspunkt kriegst wechseln wir jetzt max billige kämpfe warum noch mal habe ich da gegen gesetzlich der andere abgabe da kommt wir haben tränke 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 ein trank ein zahl wir haben einen trank bis der haupte zweimal nacheinander angreifen das ist immer unfair level 10 ich wechsle wieder zu blumen das team nein verdammt ihr seid dann kämpfen wir mit max weiter sehr gut max Max defeated Eldon Seacrest. Enough. Ich mag den Spite von dem Typen. Max got 135. Erhält 135 Pokedollar oder Dollar und die Siege ist im Kampf gegen den Sack hervor. I've seen enough. Please tweet my girl with respect. Okay. Auch in den Garten. Nur die Harten kommen in den Garten. Hier wohl wirklich, weil, ja, muss man Kampf bestehen, um das zu schaffen. Okay. Schon durch die Blumen gerannt. Okay, flücken wir es nicht. Meine Garten kaputt. Ein Baumpel. Äh, ja, nee. Vielleicht gibt es andere Pokémon hier. Wie ist Pikachu? Ich meine, wir konnten auch ein Pikachu, ähm, Ich sag schon, in einem Garten, in einem anderen Spiel. Ich weiß nicht, welches Spiel das war. Ein Zahnbürger. Ein Sonnenkern. Ich glaub, das war gar nicht so schlecht. Das könnten wir mal fangen. Aber keine schlechte Idee. Oha. In Level 6 schon. Das kann ich selbst teilen. Ich meine, äh, haben wir noch einen Pokéball? Ja, wir haben noch drei Pokéballer. Versuchen wir es mal. Ich glaub, das entwickelt sich nachher zu Sonnenflora. Und das ist gar nicht, gar nicht mal verkehrt als Pflanzen-Pokémon. Nicht übel. So, und da kommt. 1, 2, 3. Verdammt. Das hält sich wieder. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Doch, ich werde es bereuen. Verdammt. Hätte ich wissen müssen. Unser Pokéball bei der Pokéball gehen zu Neige. Wir rühren hier nicht seinen Garten, aber was soll das? Oh, Kikugi ist auch nicht. Wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe. Oh, nicht schlecht. Der wird 2. Oder der wird sich nicht aushalten. Verdammt. Der Sonnenkern ist, glaub ich, mit dem richtigen Kopfhaber. Das ist eine gute Entwicklung. Die Raubbieter, wenn der wegkommt. Ich rühren hier in sein Gras. Ich meine seine Pflanzen. Okay, das ist wohl schon relativ selten. Fliehen, bitte. Wie ist die Entwicklung von Sonnenkernen? Wir müssen mal kurz gucken. Sonnenflora, genau. Das ist eine riesige Sonnenblume. Die ziemlich was abkommt. Aber einige gute Attacken kann. Das ist gar nicht zu unterschätzen als Pokémon. So ein Sonnenflora. Das kann schon richtig reinhauen. Das ist schon ein heftiges Pokémon. Das sollten wir uns fangen. Scheint es dir aber wirklich sehr selten zu geben. Das meiste, was wir kriegen, das Raub hieß. Und wir haben noch einen Pokémon. Das sollten wir vielleicht vorher einholen. Ach hier, Sonnenkern. Ich brauche dich. Limit 3. Na komm, dann musst du doch. Na komm. Eins, zwei, drei. Nice. Sonnenkern. Ein Männliches. Ähm. Wer kriegt die Sonnenblume? Wie nennen wir nach der Sonnenblume? Da muss man direkt auf die Disco-Zerve gucken. Okay. So. 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 Was machen wir denn da? Hm. Wolfi? Ne. Das ist wirklich dann, wenn wir mal den Wolfis bekommen. Hundemann oder so weiter. Das. ok ich sag mal wo das nicht 100 prozent klappt passt da müssten wir jetzt schon nicht das richtig gesehen haben wir müssen unser viertes pokun haben ich benutze Crowley jetzt immer nach vorne ok Crowley und Zumi müssen wir mal trainieren damit haben wir eigentlich alles was wir wollten was bestes gibt es hier wahrscheinlich nicht ein Advertisement ist plastered on the wall an amazing Gate Circus featuring Kani's Clones and Chaos jetzt geht es um das ganze direkt hier gut ich bin gespannt ist doch ziemlich riskant hier die Haustür direkt am Nachwuchs haben und hier raus zu rennen die ganze direkt hier gut hier ist viel los ok mein Pokémon Team heilen damit was trainieren können ich bin gespannt wie bisher echt top das Spiel mag ich echt das ist ein ziemlich tolles Komplex außerhalb der Gruppe Tugs die hinten liegen und hier aufbauen und wir waren nach Skatte zerstörte das ihre copper Sonne hat was wirklich tot ohne die aquesta die ich weiß wie Even the way they evolve is bizarre, normally you have to make sure they are upside down when it comes to, but around here, if you start one mile, it has the change to evolve and it will actually go through with it. My grandson is stuck on the idea of healing Skitty himself. If we only took it into Santa, it would be just fine, but he is so stubborn. If we could give him an own beer belly or something, that might even be enough. Okay, that's right, I forgot that. If it is possible, it will be a Skitty himself. We are sorry. Admission to the apartments is for tenants only. Okay, that's right. Oh no, a trainer. I haven't seen you around here before. Trainer in the city. I think that's the best. I like it. I think that's the 5th generation of black and white. Oh, okay. Verdammt. Jetzt wechseln sollen. Ich habe nicht aufgepasst, dass das Level 3 ist. Ich bin jetzt schon mal hier. Here we go. We're all around here. Oh, okay, let's keep it underneath it. Hopefully. You can fit yourself in the back. I will not do this depending on where you are going. I'm just waiting for this. Die Quick-Attackung geht zu Todor. Und CR Kampf. No good for standing. So, oh, zack. Wieder bedacht. Und kämpfen weiter. Die kriegen wir auch noch. Ganzes war nix. Na komm. Die hat mir jetzt zu wahrhaft tapfer gekämpft. Das ist nicht eine sehr wärme Reception. Was soll ich hier sagen? Hier wird ja ein Kopf noch weg. Wie unhöflich. Weitere Trainer. Pokémon Center, dann gucken wir mal hier. Im nächsten Part weiter. Dann gucken wir weiter die Stadt. Our Parry.2. Mit denen hier zum Beispiel reden wir. Mit dem Drogendealer in Acre reden wir. Im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Habt noch einen tollen Tag. Bis morgen. Tage gehen거야 passcode. Das wird auch через Pause subtle und da Falls 드�iere gibt. Doch bis morgen. In der Nachtpерь eines ersten Marshals, Es gibt alle Geräte gewpletten Tag. Vielen Dank.